moin moin und herzlich willkommen zu let's play the forest bedauerlicherweise hauspflipper bei mir die ganzen daten sind verloren gegangen so weit man pc umbauen dies und ja genauso wie bei cyberpunk aber bei cyberbank da versuche die daten irgendwie wieder herzustellen oder zumindest den spielstand wieder nachzuholen den wieder hatten aber wird ein bisschen dauern bis ich das alles wieder hingekriegt habe und dafür wird cyberpunk auch demnächst wieder weiterlaufen ich vermute schon nächste woche aber statt hauspflipper machen wir jetzt hier the forest machen und sprachen an was gibt es hier deutsch und wollen wir haben und ja tatsächlich auch diese woche oder dieses let's play mit facecam ich würde sagen wir fangen mal an so ein neues spiel wir sind ja noch anfänger dann würde ich sagen wir machen noch normal so sprengstoff von molotov cocktails sind gegen die meisten gegner effektiv manso ja das müssten wir alle noch kennen na du ja das essen sieht auch sehr gut aus jetzt geht's los und ab nein timmy lass timmy in ruhe du schwein mein junge mein junge so da wären wir was zu essen nehmen wir alles mit leitung ist ein bisschen meine verhältnisse ein bisschen schnell von der maus hier oder cola oder so gut da haben wir schon mal die abs hat man da nicht von der irgendwie ja da haben wir jetzt klamotten ja man warte mal ich will eben in den einstellungen gucken ob ich die uns hier noch mal ein bisschen grafik gameplay dieser loben nein wollen wir jetzt nicht zerstörung von gebäuden erlauben da habe ich irgendwie ein angst aber wir lassen das erst mal an so mikrofon stimmzahl neustart erforderlich ganzer gebäude farben da suchen wir uns mal egal dann lassen wir weiß hat anzeigen überdeckende symbole anzeigen überlesen und gruppieren platz fahrten heute anzeigen spielernamen anzeigen ich will hier empfindlichkeit machen wir mal auch mal passiert und weiter immer noch zu schnell dann lernen wir das wir lernen dann damit umzugehen stein haben wir jetzt was haben wir hier ok hier jetzt haben wir auch noch auf hier geht anscheinend nicht auf aber das ja AI ist Inventar jetzt haben wir ein vorherrschen Medizin Foto von Timmy 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 ok hier rucksack ok überlebenshandbuch stock haben wir steine hier haben wir dann ok hier wieder die Axt hier haben wir noch mehr Koffer ja und hier hier da nehmen wir mit ok noch ein Stein noch ein Stein noch ein Stein so zum überlebenshandbuch ok wenn du ein Gegenstand herstellen möchtest dann musst du die nötige Menge an Ressourcen du siehst die Rezepte wenn du mit dem versäuber das Zahnrad fährst nachdem du ein Gegenstand entzuggeführt hast ah ok dann zahlreffen ja so wir wollen aber was bauen stattfächtigen in der Timmy baue dein Lager ok Lager einfaches Feuer wir wollen sowas schon haben da warte damit er kann ich drehen aber jetzt nur wo wie breche ich das jetzt ab abgebrochen ok ich will den hier jetzt wieder hier sieht an sich eigentlich ganz gut aus hier haben wir wasser Bäume sind nicht weit hier haben wir schon so einen Toten ok ok Steine haben wir schon zu viel durch mit dem Stock und noch mehr Koffer ja auch ein Koffer noch ein Koffer weg damit weg damit da wo wollen da unten vielleicht am Wasser ich auch ne ne da sind schon die Tureinwohner nein ich will nicht den Stein Schädel nehme ich wohl mit block block hm hier ist doch keine gute Idee da hinten sind die auch wieder komm komm her ich brauche dein Fleisch und deine Haut komm komm schon komm komm die steuerung ist mir mit der maus noch zu schnell komm schon ok dann jetzt auch egal ja suchen wir uns mal eine gute Stelle wo wir unser Lager bauen können und dann irgendwo irgendwo in der Nähe vom Wasser wäre auch gut das bauen wohl da unten wäre auch nice oder auf der Insel auf der Insel bauen das wäre es oder die Insel da hinten äh da ist jemand gerannt da hinten seht ihr den oh dann Container ich hoffe der hat mich noch nicht gesehen da 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 irgendwas da jede Menge Loot dann nice ja war das diese glaube ich nein dass können essen ja 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 da haben wir leider kein platz mehr für gläser können wir nicht oder scheiben können wir nicht ich bin zu gern da auf der insel flach leben ja lass lass mal rüber auf die insel wir übernehmen die insel davon ich habe durst finde sauberes wasser zum trinken noch hier gleich sobald ich auf der anderen seite der insel kann ich mir schwimmen wollen wir wasser oder so verbunden mal dieses kleine insel paradies hier ja das wird unsere insel übernehmen wir nehmen wir hier auch ein kleines lager feuer aber erst mal genau hierhin uns fehlen noch zwei steine gerade ne den schlack können wir nicht mitnehmen ok schade ja haben wir wieder genug steine kann sich mehr tragen steine ok schade jetzt brauchen wir blätter wo kriegen wir blätter so jetzt fängt es an zu regnen warte was können wir eigentlich hier noch bauen äh hier loggüttel provisorisches lager jagdunterstand kleine loggüttel mhm gibt es hier essen armenkäfig garten trockengestell wasserwander boah der wäre nützlich den packe ich mal hierhin kaffee was gibt es aber noch ähm was haben wir hier gibt es sogar so noch weiter ähm über 82 raumstammlager der waffenhalter schrägstofflager kleiner strang großer strang feldlager knochenkorb rüstungsbestell pfeilkorb jo eigenes fundament eigener boden eigene wand eigenes dach eigene treppe plattform offener pavillon boah das ist nice lochsäge felswand felsfahrt felsfahrt das ist nice schockzaun knochenzaun baumhaus alpines baumhaus baumbrücke baumplattform grundlegende wand einfache treppe wand mit fenster wand mit tür hier signalflagge holzziel kletterseil baumharz sammler ja freistehende seilrutsche baumseilrutsche kran und vieles was haben wir hier möbel das machen wir irgendwann später äh später krassen dinge vogelhäuschen das ist süß hier boote oh ein steg das wäre nice wo ist es los ein steg würde ich sagen machen wir hier vorne irgendwo ja ja so bis hier hin achten holz brauchen wir dann will ich aber hier beim steg äh äh signale ss nötig 34 stein richtern signale gib nie die hoffnung auf ah die hoffnung ist eh hier vorbei haben wir die tool liste statistik ich muss das alles eh hier noch lernen erstellungen hier kennen wir also schon was gibt's hier kann ich alles lernen einen waran haben wir schon und unechte karettschildkröte karettschildkröte haben wir schon gefunden hier weißer hi ok was ist hier notizen na da haben wir das hier schon aber ich wollte wann das freies baum hier eigene treppe hier so haben hier so dann haben wir hier jetzt erstmal genug zu tun dann machen wir aus dieser insel hier unser lager unsere eigene festung aus der kleinen wir brauchen jetzt als allererstes blätter da muss ich erstmal rausfinden wo wir blätter hinterher fliegen so da haben wir erstmal klein dieseldinger nehme ich auch mit bomben haben die mich gesehen habe ich hier auch was zu essen ich hoffe die haben mich jetzt nicht gesehen da sind ja noch mehr die hauen ab da ist ein durch ok krieg ich hier von blätter ja hier kriegt blätter und stecker so würde ich sagen ich gehe schnell wieder rüber wo es dunkel wird sondern geht ja schon unter ich finde die dieser spot da ist gut so viel ich weiß können die ureinwohner hier nicht schwimmen deswegen bin ich der meinung da sind wir sicher können die nicht einfach so rüber zu uns da wird uns nichts passieren und sobald wir den steg fertig haben würde ich sagen bauen wir uns ein Floh damit wir immer wieder von da nach da rüber drücken können ohne richtig ins Wasser zu müssen wo ist mein Lagerfeuer denn gerade nicht denn gerade nicht muss mein Lagerfeuer ja da brauchen wir aber noch erstmal so ein Unterkunft Anfang nein keine Stöcker aber Steine die haben wir ohne Ende immerhin will ich doch nur essen ja ja kriegen wir etwas zu essen nice und hier können wir erstmal Wasser sammeln wenn wir hier nicht verdursten im späteren Verlauf ja ja noch mehr Kiesel dann vielleicht bauen wir den Flohs der anderen Seite dann haben wir es nicht so weit wegen wir unseren sachen ich weiß jetzt nicht ob ich mit einem baum stemmen die glaube ich die dann fallen lassen die dann im meeres grün verloren gehen hier ist jetzt keiner so bloß bloß da kleines bloß oder warte mal es gab noch ein großes bloß ist gern mit dem können wir nichts machen nein stöcke und blätter brauchen wir auf jeden fall jede menge 21 blätter 39 stöcke 78 baumstämme junge junge das wird ein spaß warum ist die tot die ist einfach tot die schickernickel hier ich dachte schon wer ist denn das oh jeder nehmen wir mit scheiße warum sind die so aggressiv au nicht nein 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 pek du wirst blut überstehen was stecken und eine infektion zu vermeiden ja deine ausdauer mein herz bleibt drüben kann ich mir irgendwie kombination und dann seil knochen rüstung ränder waffe hängen wille für wester speer stoppen kann zum herstellen von anderen objekten benutzt werden kombinieren was kann ich damit machen schränkstoff ja jetzt aber medizin kann ich jetzt aber kein leben wiederherstellen müssen wir jetzt die nacht hier verbringen auf jeden fall vielen dank dass ihr mit dabei das war unsere erste folge diese frau ist und wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten folge wieder und tschau so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017